Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen. Und genau deswegen lege ich nicht direkt los, sondern wir haben mit dabei heute Drachen und Drachenreiter von Christine Arana Fader. Sehr, sehr schön. Und das Traumorakel der Engel Doreen und Melissa Virtue und das mystische Lenormo. So, jetzt würde ich sagen, wie immer geht es nach dem Schnelldurchlauf direkt los. So, liebe Seele, der Tag kann beginnen. So, wir schauen mal. Hier haben wir Melachel und Schumach Adlu. Melachel spricht, ich bin das Licht in der Finsternis. Ich leite dich zurück in die göttliche Liebe. Meiner Kraft muss jegliche niedrige Energie weichen. Ja, und es signalisiert heute sehr stark dein Potenzial. Denn heute findest du sehr schön in deine Natur zurück, sagt man so schön. Es ist nämlich der Faktor, dass du dich mit deinem Seelenbaum verbindest heute. Das bedeutet aber auch, dass jegliche Mangel und Zweifel nochmal richtig aufgewühlt werden dürfen, weil die Veränderung natürlich auch eine Tat erfordert. Dass du dafür einstehst, dich in deinem Leben entscheidest, den Zweifel passé sein zu lassen. Das hat sehr viel auch mit deiner Zurückhaltung der Emotionen zu tun. Also da bist du Meisterin oder Meister. Dich nur dann zu öffnen, wenn du dir auch 100% sicher bist. Mit dem emotionalen Gefüge deiner Liebe oder Zuneigung zu Dingen ist es auch richtig. Aber dennoch, wenn du dich unauthentisch zeigst, wenn du sagst, es geht dir gut, wenn du dich nicht wohlfühlst und dennoch gute Miene zum bösen Spiel machst, verändert das immer so ein bisschen dein authentisches Sein. Und somit gehst du auch wieder in diese, Entschuldigung, mangelhafte Energie. Das muss nicht sein. Da wirst du heute ein schönes Aufzeigen bekommen, dass du so sein kannst, wie du bist. Ja, weil genau so wünscht sich das Universum dein Dasein. Man merkt auch, dass hier heute ein bisschen die Energiewampire auch unterwegs sind. Die versuchen von deiner neu gewonnenen Energie natürlich zu zehren. Aber auch da ist schon sehr, sehr gut gesorgt, weil die Verbundenheit zu deiner Öffnung bringt auch die Stabilität in deinem Energiefeld. Und was das Ganze jetzt nicht so tragisch aussehen lässt. Ein Punkt aber noch, der natürlich mit ganz großen Augen betrachtet werden darf, ist, dass die Angst, die heute mitschwingt, diese Angst, einen falschen Weg zu gehen oder eine falsche Entscheidung zu treffen, die wird heute sehr präsent sein. Aber Melachel gibt dir immer wieder die Energie und die Positivität, dass du spürst, dass alles, was du tust, zum richtigen Zeitpunkt heute geschehen wird. Sehr schöner Impuls. Ja, Orange wird dir auch begegnen mit der Kreativität und die Veränderung. Die Veränderung liegt jetzt hier schon wieder omnipräsent da. Ja, das bedeutet, dass du heute nicht nur Entscheidungen triffst, sondern dass auch dein Außenentscheidungen trifft, dass du für Handlungen sorgen musst, in die Tat gehen sollst und nicht nur reden. Ja, wir haben hier das gesprochene Wort sehr gefestigt. Das bedeutet auch, dass Menschen, die auf dich zukommen, die etwas von dir wollen, dir etwas anbieten oder, ja, von denen du etwas willst oder denen etwas anbieten möchtest, da ist die Wahrhaftigkeit dabei. Und die Wahrhaftigkeit bedeutet, dass Veränderung wirklich auch geschehen kann. Ja, also wenn du heute zu deiner besten Freundin gehst zum Beispiel, ihr hattet einen kleinen Konflikt und ihr sagt, beide, ja, war nicht meine feine Art und ihr geht in den Kompromiss rein, dann ist diese Veränderung auch vorprogrammiert. Auch im geschäftlichen, auch im seelischen. Ja, gerade seelisch wird heute sehr viel Erdungsarbeit gemacht. Es wird sehr viel daran gearbeitet, dass du deine eigenen Probleme mehr in den Fokus stellst, dass du einfach mehr in deine Kraft kommen kannst. Auch das ist etwas, wo Melachel sehr, sehr gut unterstützt. Ja, aber Veränderung bedeutet nicht kompletter Abschluss. Ja, Veränderung ist die Einläutung von dem Prozess. Dem solltest du dir bewusst sein. Deswegen ist es auch gut, dass du heute ja deine Vitalität sehr in den Fokus stellst und auch darüber hinauswachsen möchtest. Nicht nur über deine Vitalität, sondern deine Gesundheit widerschätzt, dass du auch dich achtest, dich in deinen Emotionen achtest, auch deine Ziele achtest und für dich Erfolg nochmal neu spüren willst. Ja, und Erfolg kann es ja auf vielen Ebenen geben. Muss ja nicht immer nur Business und Geld sein. So, hier haben wir Mutter Maria und Xeo. So, dehne das Vertrauen zu allem, was ist in dir aus und werde dadurch frei. Wer frei ist, wird sich immer für die Liebe entscheiden. Freiheit ist auch so ein Thema, was du heute auf allen Ebenen spüren darfst. Denn auch in deiner Handlung bist du frei und da wird dich das Universum sehr, sehr triggern. Ja, also du wirst auch zu spüren bekommen, wenn du Chancen vor die Füße gelegt bekommst vom Universum. Und das ist egal, in welcher Hinsicht. Sei es das Jobangebot, sei es das neue Rezept, was du kochen kannst, sei es der günstigere Einkauf oder ganz egal was. Und du handelst nicht für dich. Du handelst nicht, weil du nicht im Vertrauen bist zur Situation, nicht im Selbstvertrauen bist, weil du dich einfach noch komplett verschließt und noch nicht ganz mit dir verbunden bist. Ja, es ist ja auch hier ein Prozess. Dann wird das Universum dir solche Chancen auch lange verwehren. Denn in der Vergangenheit hast du dir selbst eines bewiesen. Du hast niemals an Entscheidungen gezweifelt, die du getan hast, sondern hast sie sofort reflektiert, als Leere gesehen oder als Zugewinn. Du hast immer nur daran gezweifelt, wo du etwas nicht getan hast. Und da kannst du dir selbst schon mal eine Selbstwertaufgabe mitgeben, dass du es schaffen kannst, wenn du es willst. Und das bedeutet, dass dein Leben mit deinen Entscheidungen immer richtig war. Und dann kannst du auch über dich hinauswachsen. Dann weißt du auch wieder, welche Macht in dir liegt. Und diese Macht darfst du auch leben. Tanzen, die Selbstdarstellung und die Bewegung. Ja, hier heißt es jetzt vorangehen. Tanzen muss nicht immer nur die Bewegung im Körper sein. Es zeigt auch die seelische Bewegung, die mentale Fortbewegung. Also zulernen. Bewegung in der Selbstdarstellung ist meist auch sich weiterbilden für eine Selbstständigkeit. Die Selbstdarstellung ist nämlich ein Schrei danach, dass man auch mal im Fokus stehen möchte und nicht immer nur für alle anderen da ist. Ja, also da kannst du heute wirklich dein Buch öffnen und sagen, mein neues Kapitel fängt an und jetzt bin ich auch mal dran. Wenn Menschen meinen, das ist egoistisch, dann lass sie das meinen. Das sind die Menschen, die ich wie vorhin schon angesprochen hatte, den Energievampirismus hochleben lassen. Ja, also ganz klar, die merken, ich kann nicht mehr Energie saugen. Oh mein Gott, bist du egoistisch geworden. Warum? Weil du an dich denkst, an deine Ziele, an deine Wünsche. Ist das egoistisch? Du gehst ja deswegen nicht über Leichen, sondern du sagst nur, ich muss meinen Fokus jetzt mal auf meine Sache legen. Und das nennt man Selbstliebe und Selbstreflexion. Wenn deine Mitmenschen damit nicht klarkommen können, dann distanzier dich. So, die Bewegung zeigt auch auf, dass die Vitalität, das Sport hier auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle spielt. Sport, Yoga, Achtsamkeitstraining ist auch schon ein Sport. Ja, es muss nicht immer nur die 10 Kilometer Joggingstrecke sein oder der Volleyballkurs, das Fußballspiel. Es kann jeglicher Sport sein. Auch mental, weil da musst du auch deine Synapsen wieder stärken. Ja, zu sehr festgefahren in der Medienwelt, zu sehr festgefahren in der modernen, hektischen Welt ist mentaler Sport auch einfach mal die Ruhe zu finden und selbst in der Ruhe mit sich im Reinen zu sein. Sehr schöne Thematik, weil sie dir dann auch bei deinen Entscheidungen hilft. Und dann haben wir hier bestimmt nochmal einen guten Unterstützer. Ja, Lima und Puschel, sei in jeder Situation deines Lebens flexibel. Lerne nachzugeben, um dem Licht des Friedens zu dienen. So, da merkst du schon, du handelst für dich und wirst nicht egoistisch. Denn du kannst nachgeben. Du bist in einem reinen Licht und zeigst auch, wie Frieden funktioniert. Von daher ist es gar nicht möglich, dass du den egoistischen Narzissmusfilm führst. Da musst du übrigens eh aufpassen, wenn du von Narzissmus betroffen bist. Es gibt so viele Videos, das beschreibt nicht mal Narzissen. In unserem Coachings haben wir bisher in den sieben Jahren drei wirkliche Fälle gehabt von Narzissmus. Und diese Menschen leiden heute noch. Auch mit Unterstützung, weil es einfach ein langer Prozess ist. Nicht jeder Ex-Partner ist ein Narzisst, nur weil wir es uns schönreden wollen, dass wir eine Beziehung vergeudet haben. Ja, aber hier wird auch nochmal aufgezeigt, lerne nachzugeben, wenn du merkst, der Weg, den du einschlägst, tut dir nicht gut. Ja, ganz klar, auch hier wird wieder mit deiner innersten Kraft kommuniziert. Auch hier ein ganz klarer Aufzeig dafür, dass dein Gefühl mitarbeitet. Und dann haben wir den Amethyst, übersinnliche Fähigkeiten und Verhaltensmuster. Ja, die Verhaltensmuster gehen heute in die Änderung, Veränderung. Denn die Bewegung liegt ja zu präsent da. Ja, das ist etwas Gutes in erster Linie, wenn du bereit bist für die Veränderung. Deine übersinnlichen Fähigkeiten wollen nämlich auch gelebt werden. Und deswegen ist es doch ein toller Abschluss, nochmal zu sagen, wenn du zu uns in die Ausbildung kommen willst, dann klick doch einfach hier oben drauf. Im September geht es los. Mittlerweile sind es nur noch neun freie Plätze. Ja, gestern haben sich fünf wundervolle Menschen dazu entschieden, mit dabei zu sein ab September. Und das Schöne an unserer Ausbildung ist, im Anschluss von der Ausbildung kannst du auch dein gesichertes Arbeitsverhältnis haben, wenn du das willst, wenn die Chemie passt, bei uns im Homeoffice mit wundervollen Konditionen. So, wir gucken mal mit Melachel und dem Buch. Hier haben wir die Entscheidung, also geh in deine Öffnung, geh in deine Tatkraft. Sehr wichtiger Punkt. Und ja, du verlässt heute den Schattenweg und gehst ins Licht. Und das ist positiv gesehen. Die Mäuse dürfen heute den Weg zeigen, den du einschlagen willst, weil sie nagen schon lange an der Ist-Situation. Jetzt kann die Veränderung kommen und das zeigt auch, dass auf weite Sicht ja deine Entscheidung gut sein wird. Auch wenn es ja ein bisschen kreative Impulse bedeutet, ja. Kreative Impulse sind immer Zusammenarbeit auch, ja, weil du neue Wege kennenlernst. Und es ist nie falsch, Unterstützung zu haben. Liyama und Puschel sind heute in der Verbindung zu dir. Das bedeutet Kompromissbereitschaft auf Ebenen deines Fortschritts, ja. Also ganz klar, Unterstützung lauert im Arjen. Den Sarg haben wir mit dem Amentis. Deine übersinnlichen Fähigkeiten werden sich heute auch sehr stark mit dir verbinden. Vor allem wirst du emotional sehr viel Manifestationskraft haben. Also alles, was du in der puren Emotion aussendest und ausschüttest, zeigt, wie groß deine manifestative Kraft ist. Und wir haben den Baum im Baum. Du kommst heute wirklich komplett bei dir an. Deine Gesundheit lebe hoch und die Vitalität ist endlich wieder da. Wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, in einem Coaching, für eine Ausbildung oder wenn du deinen eigenen YouTube-Kanal hast und nicht weißt, wie du weiter wachsen sollst, dann schau unten in die Videobeschreibung. Dort findest du alle Links für den YouTube-Kanal. Zum Beispiel erstellen wir dir eine kostenlose Analyse. Da musst du dich einfach nur eintragen und schon ist dir eventuell geholfen. Ich glaube nicht, dass du dich einfach nur auf dem Video-Kanal hast und diesen Analyse haben.